So, eine neue Runde, ein neues Format. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht so oft kommen, weil die Anekdoten sich ja jetzt nicht so krass aneinanderreihen, dass wir jede Woche die craziesten Sachen erleben. Ja, weil wir die meisten Sachen vergessen haben. Weil wir die meisten Sachen vergessen haben und weil wir auch so alt sind, dass für uns schon eine verspätete Bahn eine absolut krasse Aktion ist. Genau, du hast es genannt, Tales from the Crypt. Fünf Alben, beziehungsweise fünf Bands, fünf Anekdoten. Ähm, die Idee fand ich eigentlich ganz geil, weil ich glaube, jeder, der uns irgendwann im Laufe unseres Lebens kennengelernt hat oder noch kennenlernen wird, wird diese Anekdoten sowieso irgendwann hören. Ja. Oder schon zwölfmal gehört haben. Man hätte noch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches Shirt ich halt im Arm hatte auf dem Rotten Fies, als ich mir die Eier geklemmt habe beim Surfen auf dem Helveteklo. Ähm, aber da, äh, werde ich nochmal recherchieren. Ähm, genau. Also es sind einfach so geile Storys irgendwie, wo man sagt, so, die kann man eigentlich auch mal hier in der Runde erzählen. Nur damit die Leute jetzt nicht komplett denken, so, hä, labern die jetzt hier einfach unsere private Kacke, kann man das immer mit einer schönen Band, ähm, in Verbindung bringen. Ja, deswegen müsste das ja fünf Bands heißen, weil fünf Alben, frag mich nicht, was das für ein Album war zu dem Zeitpunkt. Deswegen, ja, fünf Bands, fünf Anekdoten nehmen wir das jetzt einfach. Unter dem Tales from the Crypt könnte auch so ein irgendein 90er Jahre Death Metal Album heißen. Gibt's hundertprozentig. Ja, oder Geschichten aus der Gruft, ne, der Oldschool, die Oldschool-Grusel-Serie mit dem grummschen Zombie-Vieh. Oh, stimmt, der hat ja immer so, der hat ja auch immer so einen Hut an, ne, so einen irrischen Hut, glaub ich, oder sowas. Der hat ja immer gesagt, so, hello, jetzt kommen wieder gruselige Geschichten. Boah, da gab es mal, wie hieß noch mal diese andere, hieß die Barbara? Nee. So eine Olle, mit so, mit so, mit so einer Tina Turner-Frisur, riesen Hupen. War auch immer wie RTL. Keine Ahnung. So eine Vampir-Tussi. Die Leute, die dann schon Fernsehen geguckt haben, die können halt mal in die Kommentare schreiben. Ja, ist so. Esmeralda, nee, nicht Esmeralda, wie hieß die denn noch mal? Hat das die Freundin von dem Vieh, oder was? Nee, das war aber auch so, das war auch mal so, die, früher gab's ja immer so, so vor den Filmen so Ankündigungen. Das gibt's ja heute nicht mehr. Ach, stimmt. Und dann hat die mal, ähm, ach weiß der Geier, bla bla bla, und dann kam so ein Geier vorbeigeflogen. Woher soll ich das denn wissen? Ja, ich erinnere mich, vage. Ja, und dann so, ja, weiß der Teufel, und dann kommt der Teufel durchs Bild. Ja, da hab ich auch nichts mit zu tun. Ich so, ich schick da nachher ein Bild, dann weiß ich noch nicht mehr. Ähm, genau, wir haben fünf Bands und jeweils zu der Band irgendwie eine Anekdote, weil wir entweder bei einem Live-Konzert dieser Band waren, wo Dinge passiert sind. Oder wir, oder, genau, und, oder ein Shirt anhatten, oder jemanden kennen, der ein Shirt anhatte, wo diese Story passiert ist. Und jedes Mal, wenn man irgendwie diese Band hört oder den Schriftzug sieht oder so, hat man eigentlich sofort, also ich zumindest, diese Story im Kopf. Ich würde aber die Hauptstory, also die eigentlich am lustigsten ist, ja, als der Dennis nach Hause rennen musste quasi, die würde ich zuletzt erzählen, weil die eigentlich am geilsten ist. Das Traurige ist, dass ich dann immer mit der Band verbinde. Ja, ich auch. Immer wie ich sie sehe. Und, 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 und hundertprozentig der Sänger der Band auch. Boah. Ja, wobei, ich glaube, der, der erlebt wahrscheinlich so viele Storys, aber, aber ich glaube, ähm, wenn man ihm was erzählen würde, dann würde er sich dann auch daran erinnern. Das kann gut sein, ja. Ich kann ja wenigstens ein Hallo sagen. Ja gut, Alter. Ich würde sagen, wir fangen so von den Harmlosesten und steigern uns so langsam. Ähm. Ja, Skinless. Skinless, sehr geile Death Metal Band. Ähm. Erinnert mich so ein bisschen an die Ära, da gab's den Mike, oder den gibt's mit Sicherheit immer noch, aber wir haben jetzt nicht mehr so den Kontakt zu dem. Der ist, äh, ein Kumpel von früher, der ist, ich weiß nicht, also, so, wenn man den so im Gedächtnis hat, ist der jetzt drei Meter groß und zwei breit. Und Spaitfeuer. Spaitfeuer und, äh. Aber ich glaube, in Wahrheit war der 1,98 oder zwei Meter knapp. Also, zwei Meter und war früher halt auch kräftiger. Jetzt hat er ja voll abgenommen und, und wiegt irgendwie nur noch so viel wie du. Aber, äh, früher war der halt dementsprechend einfach so ein, so ein, so ein lebender Hulk. Der, der Metal Hulk. Ja. Und, äh, genau. Das Lustige ist, der ist ja auch Vegetarier seit 100 Jahren. Also, ich glaube, schon seit der 15 ist oder so. Und, äh, Marius hat damals, als er den kennengelernt hat und, äh, Mike gesagt hat, ich bin Vegetarier. Und, Mike ist, äh, äh, ich bin Vegetarier. Also, der hat auch immer so, oh, ich bin Vegetarier. Und was hat Marius gesagt? Junge, was frisst du? Frisst du Bäume? Ja, das hast du gesagt. Oder ich hab das gesagt. Ja. Ja, oder, wo ich gerade deine Wohnung sehe, weißt du das noch, als Mike das erste Mal reinkam? Erstmal so, 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 einmal wie so Hagrid gebückt, damit er durch die Tür ran passt. Setz dich auf deine Couch. Knack. Ups. Vor allem, wo der reinkam, wo du bist, dann von der Couch gesprungen fast. Ja, wie ich auch gedacht hab, so, warum, warum guckt der mich an? Ja, der sah so unnormal, äh, groß in der Wohnung aus, weil der ging ja fast bis zu dick. Ja, 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 ist so. Auf einmal hab ich gedacht, ich bin in so einer Zwölf-Krad-Meter-Wohnung. Ja, ist so. Der Undertaker lebt, ey. Wär der mit so einem schwarzen Hund reingekommen, Junge, dann hätte ich sofort die Ohren... Oh, guck mal, ich hab schon am Mikro weg. Dann hätte ich sofort die Ohren, dann hätte ich sofort die Ohren in die Hand genommen, damit der mir gehorcht. Nein, auf jeden Fall waren wir, ähm, eines Wochenendes hatten wir die DWG in Bolen, ich glaub, in Essen war das, ne? Ja, das war hier in der Nähe vom Cinemax, glaub ich sogar. Ne, die alte Pfandfabrik, wo jetzt, da war ein Kino drin, jetzt ist das Essen, glaub ich. Ja, genau, man musste da so, genau, man musste da, glaub ich, so runtergehen. Ja, Treppen runter und da war dann komplett Bowling, Airhockey, weiß Gott nicht alles. Und, äh, ja, an diesem besagten Tag bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch dieses Shirt anhatte, weil ich ihn oft mit diesem Skinless-Shirt irgendwie in Erinnerung hab. Ja, und, also ich glaub, dass, wenn man dabei war, dann ist das eigentlich noch viel lustiger, diese Story. Aber wir haben dann, ne, jeder kennt ja, ne, wenn man jetzt kein Profi im Bolen ist, dann wirft man halt so, wie man kann. Und, ich sag mal so, die, die Kugeln flogen entweder so, dass wir eine Meinung gekriegt haben, wir sollen die Kugel nicht werfen auf Bahn 10. Genau, oder die haben acht Minuten gebraucht, bis die bei den Kegeln ankamen. Ja, genau, oder unterwegs verreckt und sind rechts abgebogen. Genau. Und man macht da eigentlich so, man macht so diesen Hüftschwung und so wie, wie El Bandi und so. Und am Ende hat man dann vielleicht einen Kegel getroffen. Und wir hatten die kleinsten, ne, und wir hatten die kleinsten Kugeln. Ja, aber da ist einmal fast eine Ampeg gebrochen. So, und dann kam Mike, Mike war in der Reihe, und nimmt diesen, diese Bolenkugel, die für uns unfassbar schwer vorkam, wie so ein Tennisball in die Hand. Und man konnte doch, da war doch immer so eine Anzeige, glaube ich, oben, wie viel kmh die Kugel gerollt ist. Und wir waren immer so bei 12 oder 13 oder so, und er war, glaube ich, bei 24 kmh. Ja, das heißt, er hat das Ding wirklich wie so ein Tennisball über die Bahn geschleudert. Und es gibt ja bis heute die These, dass er nicht einen Kegel getroffen hat, sondern dass die so ein, dass sie aus Respekt der Geschwindigkeit zur Seite gesprungen sind. Durch die Druckwelle, ey. Ja, genau, ey. Durch die Druckwelle sind die vorher schon weggeflogen. Ähm, ja, das ist irgendwie so, immer, wenn ich diese Band höre oder sehe, dann muss ich immer, immer wieder daran denken, wie das aussieht, als würde das Ding wie so ein Tennisball nehmen und einfach, einfach, wir haben gebohlt, er hat quasi Dosenwerfen gespielt. Ja, Tennisball auf Dosen, ey. Ja. Also, das habe ich, ey, jedes Mal, ey, so lustig, ey. Wir haben das einfach gesehen, also ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben. Alter, ey, guck mal, wie 24 kmh, was ist das denn? Hat der einen anderen Ball genommen, hat der so einen Softball genommen oder was? Und dann noch die größte Kugel, die da war, ey, den Kunden war eigentlich so. Ja, alle anderen waren in seiner Hand ja wie ein Golfball. Zu krass, ehrlich. Genau, also Skinless und Bowling, das war die erste Anekdote. Willst du mal die zweite starten? Welche hast du denn noch auf der Liste als nächstes? Ähm, der Hardcore-Spasti mit der Corncap. Also, wer der nächste jetzt? Ja. Ja, Hardcore-Spasti mit der Corncap. Wer ist das denn? Wer ist der Hardcore-Spasti mit der Corncap? Ja, tatsächlich sitzt er mir gegenüber. Ja. 2007, war das 7, glaube ich, ne? Jo, auf dem Racial. Genau. Da hat der Marcel, ich glaube, Marcel hat die immer noch, die Cappy. Oder hast du die mittlerweile weggeschmissen? Nee, die habe ich, boah, ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Aber ich glaube, die war irgendwann so durch, dass ich die... Ich finde die Band jetzt auch nicht mehr so geil. Das war halt einfach damals so, was man so... Ich weiß noch, am Süßballer Hauptbahnhof war damals ein riesengroßer Merchandise-Shop. Also so... Ja, so ungefähr so groß wie dieses Bullet-Store. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Nee. So groß, aber nur Merchandise. Also nur Band-Merchandise. Und da habe ich mir damals so eine Bordeaux-rote Cap geholt vorne mit so einem Gummi-Emblem. Oder wie nennt man das? So eine Applikation von Corn halt mit dem Schriftzug. Ja, auf jeden Fall die... Einfach mal abdriften. Ja. Ja, die Kollegin kam mit ihrem neuen Freund vorbei. Wollte ihm vorstellen. Und ich gucke vom Weiten. Ich weiß gar nicht mehr, was er da anhat. Das sah auf jeden Fall aus wie Hardcore-Spaß-Stil. Und das war dann mein erster Satz so. Oh, dann hat sie dir da für ein Hardcore-Spaß-Stil mit. Und da war tatsächlich auch der Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja. Also ich weiß noch, ich hatte so eine... Ähm... So eine... Diese Karathosen. Diese... Äh... Äh... Karath... Karath oder wie die heißen. Ja. Ne? Also... Oder ja... Gut, jetzt... Ja, ist ja egal. Jetzt muss ich nicht aufstehen. So weit habe ich jetzt auch gerade an. Ähm... Die Würfelketten, so am Portemonnaie. Irgendwelche Skaterschuhe. Äh... Pulli weiß ich... Oberteil weiß ich gar nicht mehr. Und halt diese Korn-Cap. Und ich weiß... Hattest du nicht sogar noch einen Korn-Pullover an? Kann das sein? Hattest du einen? Ne, einen Pullover von Korn hatte ich nie. Aber ich glaube, ich hatte den an, den ich auf der Bewerthalsperre anhatte. Von Koma. Aber... Weiß ich nicht mehr. Ist halt auch schon Ewigkeiten her, ne? Also bei mir ist ja fast 20 Jahre her. Ähm... Und Jahre später habt ihr mir das erzählt erst so. Und Rabea auch so. Ja, wir haben gedacht so, boah, was bringt Joden da schon wieder auf einen Hardcore-Spasti mit? Dazu muss man sagen, dass das Mädel, ähm, mit dem ich damals, ja, zusammen war oder zusammengekommen bin, dass die sehr so Metalcore, ähm, Hardcore-lastig unterwegs war. Und dementsprechend wäre das jetzt nicht verwunderlich gewesen, wenn sie mit einem Hardcore-Spasti angekommen wäre. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das ja noch verpönt, sag ich mal, weil das kam ja gerade frisch rüber. Diese New-Metal-Ära. Da war ja so... Genau. Da war ja gerade frisch und da war man ja noch so... Ja, da hat man auch schon in einer Folge gehabt, so. Dann war man noch so elitär unterwegs. Ein bisschen so, boah, der hört kein Metal, was will der hier? Ja. Naja, und, äh, ich wurde, äh, wie man spricht, aber trotzdem sehr, sehr herzlich empfangen. Ich meine, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, ja. Und, ähm, war nur lustig, weil ich eigentlich nie, gerade zu dem Zeitpunkt, gar keinen Hardcore gehört habe. Also, ich fand's halt irgendwie immer so cool, so diesen, diesen Kleidungsstil, aber trotzdem, sag ich mal, härtere Musik zu hören. Ja, fand ich, das ist ja bei weitem kein Hardcore, das kommt ja dazu. Ja, genau, genau. Na, aber, aber so fand, von der Kleidungsstile sah ich halt schon aus wie so einer aus der Hardcore-Szene. Ähm, obwohl ich jetzt, äh, aber nicht in der Hardcore-Szene drin war oder so. Na, aber daher, äh, stammt immer noch der Hardcore-Spasti. Ähm, ja, wahrscheinlich werden jetzt viele die Hardcore-Szene, ja, aber, ne, wie wir schon sagen, so, damals war man einfach noch ein bisschen anders unterwegs und da war auch gerade dieses Violent Dancing und ich hau alles kaputt oder so, war noch sehr, äh, sehr neu für einige, sagen wir mal so. Und deswegen wurden diese Leute halt schnell als Hardcore-Spasti abgestempelt, so wie auch ich. Ähm. Ja, ich glaub, dann könnte man fast schon zum, zur, zur D-Side-Story übergehen. Ja. Ähm. Hat, ich weiß nicht mehr, wer von uns, also, man muss dazu sagen, wir sind sehr, äh, unsere langjährigen Spitznamen waren immer Benediktischen Bauer und D-Side-Dennis, ähm, ja, weil wir sehr, sehr viel von diesen beiden Bands einfach getragen haben. Und, äh, fast nur, ich halt Benediktischen und Dennis halt D-Side, deswegen D-Side-Dennis und Benediktischen Bauer. Also, Bauer ist mein Nachname, so, geoutet. Ähm, genau, schreibt in die Kommentare irgendeine dumme Bauer-Witze, die kenn ich alle. Ähm. Ja, und an dem Abend, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein D-Side- oder Benediktischen-Shirt anhatte, wahrscheinlich hatte ich mein Benediktischen-Shirt an und du deins von D-Side. Und wir waren schon, äh, ich glaube, das war aber jetzt nicht in der Wohnung, das war schon in der dann drüber, ne? Du hast ja, oder, nee, auf der ersten hast du gewohnt, ne, früher? Nee, auf der ersten war das, ja. Genau. Ja, und jetzt ist, also, aber es ist ja baugleich, also es ist eigentlich die gleiche Wohnung, nur, ich glaube, zwei Etagen drüber jetzt. Ja, genau. Ähm, ja, und da sind früher, äh, kann man so sagen, wie, wie, äh, bei der 28, bei den Onkels, die hatten ja auch so eine, so eine Party-Wohnung, ist, glaube ich, die, äh, ich will jetzt die Adresse nicht sagen, aber die, der Altschauerberg. Ähm. Die altbekannte Adresse. Das ist, genau, die altbekannte Adresse so ein bisschen, äh, oft unsere Anlaufstelle für diverse Vorglühpartys, Hauptpartys und auch Aftershow-Partys, äh, legendär gewesen. Und, äh, das war einfach, glaube ich, so ein recht gemütlicher Abend, wo wir einfach nur so planlos einen geballert haben und brauchten irgendwann Kippen. Und, äh, man muss dazu sagen, insbesondere ich war schon sehr angetrunken und Dennis hat, äh, Dekoration, oder hatte, Dekorationswaffen, also, ähm, beziehungsweise echte, echte Pistolen, oder, oder nennt man das Pistolen? Ja, es sind ja Pistolen. Pistolen, die allerdings, ähm, sagt man, unschädlich gemacht wurden. Also, die halt umfunktioniert wurden. Sondern ich fand's irgendwie total witzig, so GTA San Andreas mäßig, mir so ein, mir so eine Knarre hinten in den, in die Hose reinzuschieben und damit Kippen holen zu gehen. Was ja schon mal per se sehr dumm ist. Ähm. Zumal, ähm, das in einem, einem, äh, Stadtteil ist, wo das jetzt nicht unüblich wäre, sag ich jetzt mal, dass man so etwas tut. Ja. Ähm. Ja, vorhin kurz vor dem Zigarettenautomat, da weiß ich noch, die Polizei kam, du so, äh, guck mal die Bullen, willst dein Portemonnaie rausholen. Und natürlich. Nee, wir sind, nee, wir sind gerade über die Ampel gegangen. Nee, nee, der war ja direkt an der Ecke. Der war keine, die Ampel war ja, hätten wir rübergehen müssen, der war direkt hier an der Ecke. Ach jo, stimmt, stimmt, recht, ja, stimmt. Und links, genau, aber links an der Ecke, da standen die Bullen an der Ampel. Ja, genau. Die haben wir schon rübergeguckt, weil wir da so hergetorkelt sind. Ja, und was passiert, genau, ich will mein Portemonnaie rausholen und hab das nicht mehr im Kopf, dass ich die Knarre hinten in der Hose hab und die rutscht natürlich raus im Feld auf den Boden. Ich glaub aber, dass ich in dem Moment so geistesgegenwärtig war und einfach so eine auf lustig, lustig gemacht hab, dass ich mich irgendwie so gedreht hab, dass ich die aufheben konnte, ohne dass die das sehen, weil ich glaub, sonst, sonst würde ich heute noch da sitzen. Ähm. Und unser Glück war, glaub ich, dass die von da nicht gesehen haben, durch die Ampel, durch die Lichter, was du da aufhebst. Ja. Wäre teurer Spaß gewesen für Zigaretten, ohne. Ja, ich mein, am Ende, wenn du dir erklärst, hier, das ist eine Dekowaffe und so, trotzdem die Situation, dass du erklären, warum bist du so besoffen und läufst mit einer Knarre durch die Stadt. Ja, und die müssen erst mal gucken, ne, weil die wissen ja nicht, dass da drin ist. Genau, die können ja auch sofort denken, okay, du hast Gefahrenverzug, ja, und ziehen selber die Knarre und dann einfach nur, weil man denkt, ich lauf so cool durch die Stadt und hab ne Knarre. Und das Brutalste, was ich damit hätte machen können, wäre vielleicht, die auf einen zu werfen, weil sonst, ähm, genau, die ist halt, Dennis und Benediktchenbauer gehen Kippen holen und nehmen zum Selbstschutzpistolen mit. Von dem war so 20 Sekunden die Zeit eingefroren, ne, ey. Ja, ich war auch, äh, zack, nüchtern. Ja. Als ich gesehen habe, dass das Bullen waren, hab ich dann, aber du wusstest das gar nicht, ne, dass ich ihn mitgenommen hab. Du hast dann nur geguckt, ja, bist du doof, da warst die Knarre dabei, oder so. Die haben von dem, wie die Leute sich gewundert haben, wo wir zurückkamen, dass wir nüchtern waren. Ja. Das war ja auch noch so der Satz, wie weit, äh, der war doch gar nicht so lange draußen, warum seid ihr denn schon wieder nüchtern? Ja, ja, ne, da muss ich auch erst mal einen Schnaps trinken. Ja, das war schon krass, ey. Ähm, ja, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den beiden absoluten Hauptstories. Ähm. Ja gut, ja gut, dann müsstest du dir eine erzählen, die um dich geht, und dann nämlich die andere. Das wird besser. Ich werde mal, ich werde mal, weil ich tatsächlich, äh, du hast mich drauf gebracht, ich zu dieser Story, ähm, werde ich, oder, oder du, ich kann dir das ja schicken, das Bild von diesen, von dieser Situation einblenden. Ähm, weil das hab ich tatsächlich hier, und dort, äh, wird man mich nicht so schnell erkennen, weil ich habe da noch lange Haare. Aber da war tatsächlich danach, kurz danach, oder, ne, kurz davor war das sogar, ja. Kurz davor haben wir da ein Bild gemacht, und danach ist die Story passiert. Ne, das muss danach sein, weil ich hab da die Hände, ich hab da nichts in der Hand. Und ich hab ja den, äh. Achso, ja gut, da war das danach schon. Das Objekt der Begierde, ähm. Der goldene Kral. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall hab ich auf diesem Foto ein All-Shawl-Perish-Shirt an. Und, äh, das war wieder mal Hardcore-Spaß, die. Ähm, und, äh, ja, da kamen wir relativ früh schon, also früh am Morgen, weil wir sehr, sehr lange im Turok in Essen, ähm, uns dumm gesoffen haben. Ich glaube, schon bis halb sieben, bis die Pforten geschlossen waren, ne? Ja, also es war, es war sehr, sehr lange, aber es war, glaube ich, im, ne, es kann ja gar nicht im Winter sein, weil da auf dem Bild ist es ja schon Tag hell. Ähm, ne, ne, war schon so, so ein Sommer, Frühlings-Sommer, weil wir hatten ja auch kurze Hosen und T-Shirt an. Ne, ich hab eine lange Hose an und Lederjacke. Achso, wie gut, dann hat das schon so. Die, 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 die Erinnerung verwischen. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns dann, oder ich, ich weiß nicht, wie bei dir war, aber ich hab mir dann immer so ein, so ein, ich brauch jetzt was zu essen Döner und ein, ein, äh, für zu Hause Döner. Ja, man nimmt sich immer zwei mit, so ein, mal für den, für die Gier in dem Moment und dann, wenn man denkt, so, boah, wenn ich irgendwann wach werde, so ein halb kalter Döner ist schon sehr geil. Oder langen Fußweg, was. Oder man langen Fußweg hat, genau. So, und jetzt sind wir am, ähm, wahrscheinlich, weil wir entweder zu besoffen waren und uns kein Taxi mitgenommen hat oder wir kein Geld mehr hatten für ein Taxi, sind wir nach Hause gelaufen. Und, ähm, mussten am, ähm, an einem sehr bekannten Essener Straßenstrich-Bereich vorbeilaufen, wo ich tatsächlich bis, ähm, ja, bis mich einer aufgezählt hat, immer gedacht hab, das wär so ein sehr komischer Campingplatz. Weil ich mich immer gewundert hab, warum, warum ganz viele Wohnwagen auf Asphalt aneinandergereiht sind. Ich hab gesagt, das ist doch voll, keine Idylle. Bis mir klar wurde, dass das extra damals gebaut wurde, um den Straßenstrich quasi, ja, von der Straße so ein bisschen weg dorthin, ein bisschen, ja, geordneter, sag ich mal, zu verlagern. So, ja, jetzt denkt man sich so, okay, erzählen die beiden jetzt, wie sie da auf den Straßenpuff gegangen sind? Jein. Wir fanden es irgendwie ultra lustig. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie die, die Prostituierten verarschen wollten oder ich weiß nicht mehr, was wir, was wir vorhatten. Auf jeden Fall. Wir wollten uns einfach angucken, da war ja, wir hatten ja noch unser Bier in der Hand und wollten uns halt einfach mal angucken und gemütlich spazieren. Guck mal, ey, du lachst schon selber, ey, mit der Aussage. Ja, auf jeden Fall sind wir dann da rein und, ähm, ja, und ich hab vorher am Eingang, da muss man sich vorstellen, das sind wie so Mauern, also du hast halt so eine Mauer, ne, wie so ähnlich wie beim, wie auf der Helensstraße, ne, wie halt nicht Helensstraße, Heinrichstraße in St. Pauli, wo du, das ist ja auch so eine Mauer, wo du so zwischen zwei Mauern durchgehen musst. Ja, links und rechts, genau, zur Erklärung, links und rechts, Ein- und Ausfahrt, war ja, sah genau so aus. Genau, also Ein- und Ausfahrt für Autos und, ähm, sah identisch aus. So, und ich hab am Eingang halt meinen, meinen, meinen Döner, den ich noch in der Folie hatte, auf so eine Mauer abgelegt, weil ich, warum auch immer jetzt das irgendwie glödverdammten Döner durchzulatschen. Aber Bierflasche ist natürlich in Ordnung. So, wir laufen da rein und, ähm, ja, es war halt sieben Uhr morgens, das heißt, die meisten, der Dame war mittlerweile am Schlafen oder hatten Feierabend und waren zu Hause oder was auch immer. Ähm, bis auf, ich glaub, die vorletzte, die kam dann raus und die wollte, ich will jetzt hier nicht irgendwie, ich will jetzt nicht schlecht reden oder irgendwie degradieren, aber die hat's echt, glaub ich, nötig gehabt. Weil sie dann irgendwie meinte, erst mal, was mich schon genervt hat, dass sie mich mit Schatzi angesprochen hat, Schatzi, Schatzi. Ähm, da kam ich mir schon irgendwie komisch vor, weil ich mir dachte so, ey, ich bin, ich bin, ich glaub, stink wahrscheinlich nach Knoblauchsoße und Bier. Ja, hab, hab, hab 13 Stunden Alkohol im Körper und riecht wahrscheinlich wie, wie, wie ein alter Fisch in Hamburg. Ähm, und sie nennt mich trotzdem Schatzi Schatzi und dann hat sie uns dann ein Angebot gemacht, was wir allerdings dankend abgelehnt haben. Wird aber sehr dankend. Also, weil wir, weil wir für 10 Euro beide hätten nochmal kurz, ähm, abpumpen können, sind es jetzt mal so, äh, was ein Fünfer pro Person entspricht, was ich sehr unwürdevoll für eigentlich alle Teilnehmenden dann gefunden hätte. Ähm, oder haben wir überlegt, wir gehen noch kurz zur Tanke und holen Geld ab, ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich. Nein, 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 wir hatten dann auf jeden Fall uns ganz schnell wieder entfernt. Ja, also, weil die Situation einfach, ähm, wir fanden es halt in dem Moment, man kennt das ja, wenn man besoffen ist, irgendwo langzulaufen, sich was anzugucken und dann wurde die Situation uns aber so. Unangenehm. Unangenehm und real irgendwie. Und so, ey, alter, das hat sie, hat sie das jetzt wirklich gesagt, so, komm, lass mal schnell abhauen. So, wir gehen also raus. Wohlgemerkt im Hinterkopf, ich war sternhagelvoll, oder wir beide, ja, weil, ähm, und ich wollte natürlich meinen, Döner wieder einpacken und siehe da, der Döner ist weg. So. Und dann nahm die Eskalationen ihren Lauf. Ähm. Also ich wirklich wie so ein, wie so ein Drogensüchtiger in dem Moment, ja, komplett am Eskalieren und hab da rumgeschrien. Wo ist mein Döner? Keiner klaut dem Dicken sein Essen. Ja. Ähm. Ja, und gleichzeitig klingelte Marcells Telefon. Genau. Oder er hat angerufen, da wissen wir jetzt immer noch nicht. Ja. Und Kollegenpärchen oder fünf Kollegen, die sind auf dem Weg nach Hause gewesen, haben dann schön, äh, sich drüber amüsiert, wie voll wir sind, haben uns aber auf Lautsprecher gestellt, was wir nicht wussten. Und dann natürlich die ganze, klaut dem Dicken den Döner. Story flog halt durch den Zug. Ja, weil ich hatte ungesinnt. Der gut besucht war. Ich hab ja alles kaputt, wo ist mein Döner? Niemand klaut dem Dicken sein Essen. Ja, wo bin ich denn hier? Dass hier im Puff hier das Essen geklaut wird. Und erzähl dir einfach vor, du sitzt irgendwie morgens im Zug wahrscheinlich von Leuten, die zur Arbeit gefahren sind oder so. Und die hören dann sowas über eine Lautsprecheranlage. Ja, was war also passiert? Ähm, wie wir eingangs erklärt haben, ist ja Ein- und Ausgang komplett identisch gewesen. So, da ich aber in meinem besoffenen Kopf das nicht mehr gecheckt habe, bin ich einfach irgendwann so, ey Dennis, warte mal. Oder Dennis hat sogar gesagt, so, jo, hast du den vielleicht am Eingang abgelegt? Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Meter zurückgelaufen zum Eingang und da lag mein Döner auf der Bank. Und ich habe noch nie so dies so glücklich gesehen, Ellie. Ja, ich war sehr erleichtert. Ich musste mich nicht mit irgendwelchen Zuhältern prügeln, damit ich meinen Döner zurückkriege. Oder BPs an der Tankstelle kaufen. Oder, ja, ja gut, das habe ich wahrscheinlich dennoch getan. Ähm, eigentlich müsste man, aber da muss ich nochmal überlegen, was wir da anhatten, die Anekdote mit Lukas, als er mich mit Mettwurst verprügelt hat. Aber das... Ja, das können wir, das machen wir da. Genau, es wird bestimmt, wie gesagt, nochmal eine Folge geben, wo man so Anekdoten, die irgendwie so im Laufe der Zeit wieder einfallen. Ja, keiner klaut den Bicken seinen Döner. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr lange her und heute, ich werde immer noch von Alex und auch von Patrick, ähm, wenn diese Story irgendwie, wenn man da kommt, lachte sich immer noch tot, wie ich da lauthals auf dem Straßenstrich rumgebrüllt habe, weil ich der Meinung war, jemand hat meinen Döner geklaut. Ja, weil die es lustig fand, über die Lautsprecher laufen zu lassen. Ja, ich glaube, das hat über Jahre auch immer noch für sehr viele Lacher gesorgt. So, ja, aber jetzt kommen wir zur absoluten, zur Königsdisziplin der Storys, die ich auch tatsächlich schon ein paar Mal, ähm, im Verlauf von Tod und Teufel in den einzelnen Folgen erzählt habe, ähm, dass ich mal die Möglichkeit hatte, Peter Tetzgren von Hypokrasie live kennenzulernen, mit ihm sehr lange zu quatschen und sehr viel Alkohol zu trinken. Ja, und die geile Vorgeschichte war, wie gesagt, Hypokrasie ist ja meine absolute Lieblingsband, ich brauchte ja zehn Jahre, bis ich den Namen aussprechen konnte. Hab mir sogar bei Google immer angehört, wie das ausgesprochen wird. Hypokrasie, nämlich. Ja, und da war dann Abend auch Tuchrock, war ausverkauft, da waren wir sehr traurig, aber durch gewisse Beziehungen und hintenrum haben wir dann tatsächlich zwei Haartickets gekriegt und durften rein. Vitamin B, genau. Das war ja schon mal das Highlight des Jahrhunderts. Hashtag danke, Peter. Ja. Ja, das Konzert halt Abriss ohne Ende, das war auch das letzte Konzert, wo ich lange Haare hatte tatsächlich. Danach habe ich ja gesagt, jetzt pssst. Okay. Ja, wie war der, genau, dann war der geile Konzert zu Ende und die Band ist dann auch rumgerannt und Peter stand an der Theke. Nee, Moment, Moment, du bist ja schon viel zu weit. Irgendwann hast du mich so angeguckt mit so einem leidigen Blick und hast gesagt, boah, irgendwie geht's mir nicht gut. Und dann, glaube ich, kurz bevor der Konzert zu Ende war, hat er gesagt, boah, ich kann nicht mehr. Und Dennis hatte wahrscheinlich irgendwie ultra böse sich Magen-Darm eingefangen und hatte einfach Durchfall aus der Hölle. Und ich wusste, wenn ich im Turok wäre, ich noch heute und wollte ja dann doch lieber nach Hause. Ja, und Dennis ist dann mehr oder weniger tatsächlich wirklich fluchtartig, hat sich verabschiedet und gesagt, geht nicht mehr und ist nach Hause. Wir sind sogar mit dem Taxi noch gefahren, ne? Ja, genau, ist mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil wirklich, ja, wenn es nicht geht, geht es nicht. Und gefühlt, du guckst nach rechts, Dennis verlässt den Laden. Und ich stand an der Theke vom Turok und links, wo es nach oben geht, ne, wo es nach draußen geht, auf jeden Fall da an der Bühne, dieser Bereich, geht die Tür auf und, ja, die Band kommt raus. Und wollte sich noch ein Stück mit Absacker trinken oder so. So, und, ja, ich fände im Konzert natürlich ganzer Knallgas gegeben, schön ein Bier nach dem anderen und schon schön den Arsch voll. Und hab mir gedacht, ey, wenn der schon da steht, gehst du einfach hin, mehr als ich wegschicken kann er nicht. Also ich zu Peter Tetzlin, ich so, hello Peter, mit meinem besoffenen Englisch, was ja dann sehr gut funktioniert. Warum auch immer, äh, kann man Englisch noch besser sprechen als so schon. Und hab ihn halt gefragt, so, ähm, der kennt ja halt so einige, einige, ähm, Läden, also einige, äh, einige Länder und, und, und Bühnen und so und, äh, was er geiler findet, ob jetzt Club, Shows oder Festival. Und, äh, ich mein, die haben 99 schon, äh, darf man nicht vergessen, der Live-Team, wo die rauskommt, die ist Joyce Wacken, 99. Ja, also kann man sich vorstellen, wie groß die, äh, Band damals schon war. Ja. Wobei Wacken damals auch noch nicht so groß war, aber darum geht's jetzt nicht. Ja, und dann, ähm, hat er erzählt halt, dass Festival und Wacken geil ist, weil große, äh, äh, Publikum und so, aber er findet Club-Shows geiler, weil die Leute da wegen dir da sind und, und meine Nähe zum Publikum hat und so weiter und so fort und, und, ja, und dann hat er mich noch gefragt, ja, bist du Deutscher? Und ich so, ja, und er so, er trägt Jägermeister und ich so, ja, und dann ging's los, dann hat er, ich weiß nicht mehr, ob die damals noch so Marken hatten, auf jeden Fall hat er irgendwie was zur Theken, zu der Thekentante gesagt und die hat dann zwei Flaschen Jägermeister auf den Tresen gestellt und ein paar Pinneken und dann ging's los. Und dann haben wir über, ja, aber eigentlich belanglose Dinge gelabert, ne, aber, aber die ganze Zeit hab ich mir gedacht so, boah, Dennis, Alter, würdest du das jetzt erleben? Und, ähm, hab ihm dann erzählt, ey, guck mal, mein Kumpel, ne, absolut größter Hypokassifan, der hat Durchfall, der musste früher nach Hause. Ich so, und ich kann dem, ich so, das ist gar so surreal, ja, wenn ich dem erzähle, ich so, der wird mich abstechen, ja. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich so ein, boah, da weiß ich auch noch, ey, da hab ich noch so ein, fand ich total witzig, so ein Wortspiel, es gibt ja das, ähm, äh, den Song von denen, äh, let the knife do the talking. Und da wollte ich sagen, ja, he does the life do the talking knife, bla, und, und, also, ja, haha, na, und auf jeden Fall, er so, ja, das ist natürlich doof, der so, ich hab ne Idee. Und ich hab, war aber leider, also auf jeden Fall, ähm, der so, mach doch mal ein Video. Und dann hab ich einfach ein Video von ihm gemacht, im Turok, und er sagt einfach so in die Kamera, Dennis, you suck. Weil ich leider nie gesehen hab. Nee, weil ich tatsächlich in meinem besoffenen Kopf das einfach aus Versehen gelöscht habe auf dem Rückweg, weil ich so, oh Gott, ich muss, ich muss das speichern, 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 aber war's weg. Und da könnte ich mir selber so für in den Arsch treten, aber es war einfach das, so krass, da erstmal, also, die eine Story, dass der halt so ultra nett ist und voll der korrekte Typ und sich einfach die Zeit nimmt, ey, lass mal jetzt richtig einen saufen, ich mein, jetzt trinkt ja kein Alkohol mehr, aber mein Gott, hat der den Negermeister in sich reingeschüttet und ich mich auch, dementsprechend ging's mit mir steil bergab. Und dann aber auf der anderen Seite, dass wir eigentlich nicht mehr ins Konzert reingekommen wären, dann aber doch, ja, dann hast du's bis zum Ende ausgehalten und dann musstest du aber abhauen und dann kam ausgerechnet von der Liefungsband der Sänger raus und macht einen auf, komm, lass mal zusammen einen saufen. Ja, ja, du quatschst mit ihm, während ich zu Hause auf Toilette sitze und böse Schmerzen hatte. Und den Golfkrieg nachstellt. Ja. Boah. Ja. Deswegen hab ich ja auch den Hypokrasie-Durchfall. Das wird mich auch ein Leben lang verfolgen, aber heutzutage find ich halt nur lustig, weil ich öfters die Möglichkeit hatte, die noch zu sehen und war trotzdem. Also wer weiß, wenn hier irgendwer Kontakte hat oder so, macht uns doch mal einen Kontakt zu Hypokrasie klar, dass wir denen einfach die Story nochmal erzählen können und vielleicht dann mit denen nochmal, und wenn es auf ein Wässerchen ist, Dennis anstoßen kann, um Tales from the Pot, um sein Versäumnis wieder auszugleichen. Ja, Tales from the Pot. Genau. Ja, war doch mal eine ganz lustige Runde. Wenn euch noch, also die Leute, die uns vielleicht kennen, aber auch die, die uns vielleicht nicht kennen, euch noch Anekdoten einfallen mit uns, schreibt gerne mal unten rein mit irgendwelchen Stichworten, die uns dann vielleicht einen Hinweis geben. Oder vielleicht auch die Leute, die selber irgendwie eine geile Anekdote haben oder so, die vielleicht ähnlich ist mit denen, die wir jetzt gerade so geschlödert haben, haut auch mal in die Kommentare. Ja, in diesem Sinne, haben wir uns schon, ne? Ja. Auf jeden Fall kommt noch eine zweite, weil da sind da noch ein paar. Genau, die müssen nur aus den Furchen der Vergangenheit irgendwo hinten. im Gehirn rausgekramt werden. Die verstaubten Gehirnwindungen, ne? Genau. Ja, also bis zum nächsten Mal bei Crypts from the Tale. Tales from the Crypt. So, andersrum. Egal. Stories from the Tale. Schwanz, Cocktail. Tschüss. 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 Tschüss.